Meine Damen, meine Herren, eine kleine Disziplin mit 100 Meter zwischendurch, zwischendurch. Wir setzen diesen Mann auf Speed. Sonic wird noch öfter seine Speedigkeit aufsetzen. Doch wir nehmen den schwarzen Anti-Hedgehog. Den Anti-Helden sozusagen. Shadow der Hedgehog. Der gute Shadow. Wie gesagt, ohne Bewegungssteuerung, ohne Muskelkater geht es weiter. Nur ein bisschen... Controller. Nein, verdammt, komm schon, please. Und trotzdem Lockerflocken. Ohne... mit Fehlstart, komm schon. Nochmal try again. Hier können wir... machen wir drei Versuche. Zuerst den B-Button smashen, bis man start... bis Start kommt und dann... Und dann Arbeiter-Sprim. Okay, please. Vielleicht doch wieder mit Bewegungssteuerung. Das geht in die Daumen. Ich hatte einen Daumen. Zehn. Platz eins. Ich habe gesagt, dreimal, ne? Alle guten Dinge sind drei. Nochmal, ja? Try again, please. Nach der Zeit. Achso. Mein Rekord liegt bei... 9,8... 9,6 wäre... Olympisch. Das war 10 Sekunden, verdammt. Bin ich letztes Mal mit Sonic wirklich so schnell gewesen? Anscheinend. Haben wir mit Sonic... Ja, 10,4... Hm. Wow. Wow, wow. Next time. So. Bis zum nächsten Mal. Oder bis gleich, oder so. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.